Hallo und herzlich Willkommen auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Chroniken eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Thiede. Und ihr habt es euch lange gewünscht, mein Interview. Und ich gehe jetzt mal darauf ein, ich habe eine wundervolle Person kennengelernt, kennenlernen dürfen, mit der ich auch schon eine Folge aufgenommen habe auf dem Digitelli-Podcast. Und wer ihn noch nicht gehört hat, klickt gerne mal unten rein. Ich möchte jetzt erstmal unseren lieben Massimiliano vorstellen. Und unser heutiger Gast ist gelernter Informatiker. Er hat eine einjährige Ausbildung zum Schlosser gemacht. Er ist klassischer IT, also hat eine klassische IT-Laufbahn hinter sich. Hat in Banken und Versicherungen gearbeitet. Und hat jetzt keinen Bock mehr darauf gehabt. Einfach keinen Bock mehr. Er möchte jetzt mit Digitalisierung fürs Handwerk etwas erreichen, etwas schaffen. Und möchte die Digitalisierung und gewisse Prozesse, die dir Zeit sparen, die dir Stress sparen, die einfach Spaß machen, möchte er einfach an die Handwerker bringen. Und das finde ich so geil und die Idee dahinter ist so toll. Und ich freue mich, dass es dich gibt. Hallo lieber Massimiliano. Hallo lieber Max. Und ich finde es so toll, dass ich heute bei dir sein darf. Weil das ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man vorher selber immer Leute interviewt und jetzt wird mal selber mal interviewt und darf mit dir hier in deinem Podcast dabei sein. Also wie gesagt, ich strahle schon, du siehst es. Ja, negativ. Ja, freut mich sehr, dass du hier bist. Und ja, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, was ist denn eigentlich dein Warum? Warum machst du das Ganze? Und du meintest aus Leidenschaft, du möchtest Menschen helfen, du möchtest überraschte Gesichter sehen, wenn sie sehen, wie verblüfft die einfach sind, was heutzutage möglich ist in Sachen Digitalisierung, im Handwerk vor allen Dingen. Ja, und vielleicht können sich die einen oder anderen gar nichts darunter vorstellen, wie man im Handwerk irgendwas digitalisieren kann. Hallo, ich kann doch nicht, weiß ich nicht, gut, wer jetzt auf der Köln-Messe mit dabei gewesen ist, der weiß, ich kann auch digitalisieren, dass ich einen Roboter vor die Wand stelle, der mir einfach die Wand mittlerweile selber streicht. Aber tapizieren, eventuell sogar verputzen und so weiter und so fort, okay, das hat doch gar nichts damit zu tun vielleicht und so. Aber es gibt dennoch ein paar Prozesse, die können wir regelrecht digitalisieren und die müssen wir zum Teil auch digitalisieren. Nicht nur vielleicht wegen Vorschriften, die jetzt auch in Zukunft kommen werden, sondern auch, weil es einfach viel zu viel ist. Wir leben in Deutschland, Bürokratie wird hier groß geschrieben und so groß, dass du es kaum noch lesen kannst eigentlich, aber das Kleingedrückte kannst du dann auch noch lesen. Ja, und warum Digitalisierung im Handwerk? Erzähl uns mal ein bisschen, was Digitalisierung im Handwerk letztendlich ausmacht. Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die du da gerade stellst. Und du hast eben gerade ein paar Beispiele genannt, wo ich immer schmunzeln muss, weil wenn ich mit Handwerkern darüber spreche, die mir immer sagen, ja, ich bin doch schon digital, ich schicke doch schon meine Rechnung per E-Mail. Oder ich bin schon digital, ich weiß, wie man Excel bedient. Ja, okay, Spaß beiseite, Digitalität hat so viele Facetten. Und ich finde, im Handwerk ist es immer sehr, sehr bezeichnend, weil man immer sagt, naja, ich muss anfassen und dann passiert was. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil wenn ich jetzt Malermeister bin und dann tapeziere ich da die Wand und, sagen wir mal, dekoriere das Ganze, also mach das schön, das ist eine handwerkliche Arbeit. Aber, und jetzt nehme ich wirklich mal das Handwerk im Maler. Ich muss einen Raum vermessen. Okay, dann komme ich da hin und ich weiß noch, also ich habe das ja auch gelernt, ja, Zollstock, ja, zack, 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 zack. Das funktioniert, gar keine Frage. Mach das mal mit 2000 Quadratmetern. Mach das mal mit verwinkelten Ecken und Co. Ja, gibt es ja. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Wie oft passiert das? Ja, liebe Leute da draußen, es gibt so coole Dinge, das sind so Laser, die stellst du in die Mitte, die machen das. 30 Sekunden, piep, geh mal durch. Okay, jetzt höre ich schon wieder die einen, ah, die sind so ungenau. Ich sage es euch, Leute, nein, die sind nicht ungenau. Die sind nur ungenau, wenn du nicht weißt, wie man sie bedient. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Okay, jetzt habe ich diesen Laser da hingestellt. Was mache ich denn mit den Daten? Naja, klar, ich kann das ja auf einen Notizzettel schreiben. Super. Und da ist auch ein Kaffeefleck drauf. Da ist Fett von den letzten Fritten drauf. Und super. Und die Ische dann zu Hause, die kriegt das nämlich nicht mehr auf die Rille, was da drauf steht. Okay, Spaß beiseite. Digitalisierung ist alles, was drumherum im Handwerk passiert. Ihr müsst Rechnung schreiben. Ihr müsst ein Angebot erstellen. Ihr müsst ein Aufmaß machen. Ihr müsst vielleicht mit Tools arbeiten, die im Handwerk mittlerweile Standard sind. Und sind wir mal ehrlich, wer will schon mit altertümlichen Handwerk-Tools arbeiten? Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn mir jemand hier so einen Akkuschrauber hinstellt und sagt, bohr mir mal ein Loch durch die Betonwand, dann wirst du den auch wie einen Vogel angucken. Also du wirst auch sagen, hey, hast du sie noch alle? Und genau das ist ja das. Wir wollen Tools haben, die funktionieren. Und das will der Handwerker auch. Der moderne Handwerker, der will nicht mehr mit antiquaten Zeug arbeiten. Der hat sein Smartphone dabei. Und sein Smartphone ist ein Multitool. Und zusätzlich zu dem ganzen anderen Werkzeug, was er noch hat. Und das ist gerade das, was sie so spannend macht. Ja, definitiv. Das finde ich auch sehr spannend. Und ich finde auch, dadurch, dass ich als Dozent ja auch tätig bin, sehe ich ja ganz viele angehende Malermeister. Und Leute, die sich halt auch selbstständig machen wollen. Und ich finde es dann immer spannend zu sehen. Die einen machen es so, die anderen haben gar keinen Plan. Die anderen machen es sehr, sehr altherkömmlich. Also wirklich richtig so mit Zettel, Stift, Papier. Und ich finde es dann halt spannend, welche Entwicklungen wer macht. Also es ist ja alles eine Entwicklung irgendwo. Beziehungsweise die Frage ist, in welche Richtung. Und bringt es dir das, was du letztendlich auch damit vorhaben möchtest? Also zum Beispiel Zeitsparen, effizienter sein. Aber was, genau, was würdest du zum Beispiel sagen, hey, ich bin jetzt Meisterschüler, ich mache mich jetzt selbstständig und ich habe keinen Plan, wie ich da vorgehe. Ich weiß, ich muss irgendwie, ich muss zum Kunden, ich muss auch meine Kunden annehmen können. Irgendwie effizient nicht, dass ich die ganze Zeit auf der Baustelle vielleicht die ganze Zeit die Anrufe annehme, weil das ist ätzend. Du hast ja Trocknungszeiten, du bist mitten an der Fassade und gehst jetzt ins Handy, nee, das kannst du nicht machen. Und vielleicht vergisst du sogar jemanden, am Ende irgendwie zurückzurufen oder so. Fällt ganz viel nach hinten unter. Wie würdest du sagen, hey, lieber angehender Malermeister, ich habe da mal was vorbereitet. Was würdest du sagen, hey, hier, Schritte eins, zwei, drei. Du, mal ganz abgesehen davon, dass in der Malermeisterausbildung Teile dessen, was ich jetzt sage, auch schon mit drin sind, sowas wie Businessplan und Co. und et cetera, bin ich halt immer ein Freund von, sich mal alle Facetten anzuschauen. Also, wenn der Malermeister oder der angehende Malermeister auf mich zukommt und sagt, hier was auch, wir möchten gerne ein Business aufbauen und wir würden gerne rausgehen, dann würde ich ihm erstmal sagen, okay, das allererste ist super wichtig, du musst wissen, wie man eine Rechnung stellt. Das ist der erste Punkt. Das heißt, ich brauche eine Kundenverwaltung und ich brauche ein Rechnungswesen. und das wäre noch ganz cool, wenn das auch noch mit deinem Steuerberater angebunden ist, dass du dir da keine Gedanken machen musst, sondern das flutscht einfach. Das muss simpel sein. Der zweite Punkt ist, deine Kunden müssen dich erreichen können. Und ich meine, heutzutage ist zwar schön, wenn du da irgendwie eine Telefonnummer irgendwo hinklatscht, aber sind wir mal ehrlich, die wenigsten rufen an. Du brauchst irgendein Terminvereinbarungssystem, wo du sagen kannst, okay, hey, lieber Kunde, da kannst du mich buchen, da findest du mich und da habe ich auch Zeit. Dann der nächste Punkt, der auch super wichtig ist, ich muss irgendwo meine Arbeit dokumentieren können. Und wenn ich das mal so ein bisschen in so Facetten reinbringe, kommt noch ein Punkt, der immer wieder gefragt wird, so, jetzt bin ich, hatte ich übrigens, übrigens letzte Woche, rief mich einer an und sagt, oh, geil, wir müssen digitalisieren und hin und her. Und ich so, ja, wo stehst du denn jetzt gerade? Ja, ich habe mein Rüstzeug, habe ich schon, mein Werkzeug habe ich, ist alles geklärt, ich habe aber keine Kunden. So, okay, super. Was hast du denn gemacht? Ich habe gewartet, also es kam aber keiner. So, ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Also das heißt, man muss sich auch mit Werbung und Marketing auseinandersetzen und da sind wir schon in der Digitalisierung drin, weil sind wir mal ehrlich, verteil doch mal Tausende von Flyer und ich kann euch sagen, auf 10.000 Flyer meldet sich vielleicht eine Person. Gut möglich, ja. Wenn überhaupt. So, dann hast du das verteilt, in der Zeit hast du kein Geld verdient. aber die Leute, die du erreichen willst, die erreichst du über das Teil, ja, ohne jetzt Werbung zu machen für irgendeine Marke, aber die sitzen davor rund um die Uhr und die suchen dann hier, ich brauche jetzt mal den Maler, weil ich habe jetzt gerade hier irgendwie, das ist ein bisschen blöd, da kommt die Tapete runter, also suchen die in diesem komischen Teil und sagen, oh, wo ist denn der nächste Maler und ist der vielleicht auch noch bezahlbar? Und wenn du da nicht sichtbar bist, vergieß es. Das war's. Also genau diese Punkte sind für mich so essentiell, dass ich sage, okay, wenn du dein Rechnungswesen drauf hast, wenn du weißt, wie du deine Kommunikation hinkriegst, deine Terminfindung, Dokumentation und dann auch noch gefunden wirst, dann hast du die halbe Miete. Definitiv. Du musst gefunden, wer suchet, der findet und wer sich bereitstellt und an die Öffentlichkeit geht, der wird auch gefunden. Das ist so. Du kannst gerne beten, du kannst gerne an, weiß ich nicht, dem Weihnachtsmann glauben und ja, ich schreibe dem Weihnachtsmann, Mensch, ich hätte gerne 50 mehr Kunden und die bezahlen dann am besten auch richtig, richtig gut und dann wirst du sehen, was passiert und das ist, ja, du musst halt sichtbar gehen. Definitiv. Und was ich halt schade finde, ist halt, in der heutigen Zeit denken alle, ja gut, dann poste ich ein bisschen was auf Facebook und Instagram und dann rennen mir schon die Leute die Tür ein. aber nein, das ist leider so nicht. So funktioniert das Game dort nicht und es reicht auch nicht, eine Zeitungsanalyse zu machen. Da steckt so viel mehr dahinter und deswegen, liebe Handwerker der Zukunft da draußen, stellt euch ein bisschen moderner auf und geht mit der Zeit, denn die Zeit zeigt euch, was gut funktioniert und ich kann euch definitiv sagen, ihr habt sowas von Tolles, ja, so eine Leidenschaft mit dem, was ihr da tut, also dann zeigt auch genau die gleiche Leidenschaft mit dem, was ihr vielleicht nicht so gut könnt, ja, ihr seid vielleicht keine guten Rechnungssteller oder keine guten Dokumenteure, aber genau da braucht es auch Leidenschaft, ja, damit das funktioniert, ja, und auch diese Sichtbarkeit ist super wichtig, also nicht immer sagen, oh mein Gott, da ruft mich jetzt schon wieder ein Kunde an, ah, es ist, ah, Kunde, also, aber da, ich könnte Stunden darüber reden, gerade das Thema finde ich so spannend. Ich finde das Thema Leidenschaft an sich sehr, sehr spannend, weil wenn man das mal auseinander nimmt, dann steckt in dem Wort Leidenschaft Leiden. Ja. Und da gehört nun mal auch, mal durch die Herausforderung gehen, ja, und auch wenn man es nicht gerne macht vielleicht, aber es gehört einfach dazu und deswegen ist es eine Leidenschaft, weil es gehört dazu und du gehst durch die Herausforderung und wirst dadurch ein Stück größer, weil du deine Komfortzone ja alleine schon verlassen musst, um größer zu werden, um den Weg über weitergehen zu können, also nicht da an der Sackgasse stehen zu bleiben und sagen, ja, okay, dann mache ich halt doch Bürgergeld, mein Gott. Ja, kann auch eine Ausrede sein, ja, aber am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob da die Leidenschaft so groß ist, aber gut, für mich vielleicht nochmal eine wichtige Frage, weil wo siehst du die Ausbildung im Handwerk jetzt gerade in Sachen Digitalisierung, was denkst du, wo geht die Reise hin und was ist dir eventuell vielleicht sogar durch Kontakte oder durch eigene Erfahrung aufgefallen, was fehlt vielleicht an Digitalisierung noch in der Schule oder in der Ausbildung direkt, was kommt dir da so in den Sinn, was ist dir aufgefallen? Also, dadurch, dass ich ja viel mit Bildung und Co. zu tun habe, auch Referent in dem Umfeld bin, kriege ich halt sehr, sehr viel mit und ich finde das Thema Bildung auch im Handwerk ist völlig egal, weil da gehst du auch zur Berufsschule und Co. Es ist immer wieder das Gleiche, dass viel analog passiert und jetzt kann man sagen, okay, digital ist Fluch und Segen zugleich, aber dieses Analoge hat halt so viele Nachteile. Ich sehe das jeden Morgen mein Junior, wir reden jetzt nicht über ein Handwerk, Junior, der ist acht, der trägt einen Schulranzen, der wiegt fast gefühlte zehn Kilo. Da sind Schulbücher und weiß der geil was drin, nur, damit er die mit zur Schule nimmt, die dort auspackt, da drin rumkritzelt, irgendwas quasi lernt und dann nimmt er das wieder mit nach Hause. Liebe Lehrer da draußen, ihr wisst gar nicht, was ihr mit den Rücken dieser Kinder anstellt, stellt denen doch ein Tablet hin, da sind die ganzen Bücher, da können hunderte Bücher in diesem kleinen Tablet drin sein, von mir aus auch tausende Bücher und gleicher Effekt. Ich nehme aber nochmal das Handwerk, weil ich das so toll finde, ich habe gerade einen 16-Jährigen, der Maurer lernt und ich war dann in seinem Ausbildungszentrum und habe mir das mal so angeschaut, habe da mit dem Meister dort gesprochen, ganz toller Kerl, ja, ich will ihn nicht diskreditieren, alte Schule, ja, richtig hier so stand dann, ja, wir machen das schon immer so, ja, ganz toll und dann kriegen die halt so ganz, ganz antiquates Werkzeug dahingestellt und ich denke mir, wie will man diese Jugend motivieren, wenn du dann einen Hammer und Meisel in die Hand bekommst, der schon tausendmal abgelutscht ist und genau das meine ich halt mit Digitalität, es geht nicht darum, sagen wir mal, immer alles neu oder schön zu haben, sondern es geht darum, dass man wirklich die richtigen Tools zur richtigen Zeit hat, die einen Nutzen haben, die etwas verbessern, und in den Schulen ist es oft so, ja, sie lernen dann tatsächlich noch auf dem Overhide-Projekt, könnte aber tatsächlich heute viel, viel einfacher sein, weil jeder hat ein Smartphone, du kannst lernen, wo du willst, überall, das ist nicht mehr raumgebunden, das heißt, Wissensvermittlung ist gar nicht mehr das Problem, sondern es geht um die Praxiserfahrung, das heißt, lass doch bitte diese ganze Frontalbeschallung, zieht mehr in die Praxis rein, damit die Praktiker Praktiker werden und keine Theoretiker. Und ich weiß, dass in vielen Handwerksberufen es wichtig ist, dass man weiß, wie man die Chemikalien mischt und hin und her, aber da brauche ich doch kein Theorie-Studium, sondern wenn ich das ausprobiert habe und es scheiße riecht, sorry, für die Ausdrucksweise, ja, dann kriege ich ja schon mit, was Sache ist, oder wenn ich halt die falschen Chemikalien zusammenbraue, ja, und der Meister oder der Lehrmeister dann nebendran steht und sagt, oh, wenn du das machst, dann gibt es einen Puff, ja, also wir brauchen einfach viel mehr Mut, die Dinge anders anzugehen und dann kommt da noch so ein bisschen Evolution und Innovation dazu und dann kommt so ein komisches Ding, das heißt KI und dann kriegen alle Angst, boah, die Kinder und die Jugend, die lernen ja gar nichts mehr, weil die KI kann das ja besser, da denke ich mir, also früher gab es dieses Brockhaus, kennst du das noch? Nein, tatsächlich noch nicht, nein. Äh, gut, anderer Jahrgang, das war so eine Enzyklopädie und die wurden so zu Massen verkauft, haben sie alle zu Hause hingestellt, so ein Riesenband, so zwölf, dreißig Wälzer und da haben sie damals in den Schulen schon gesagt, ihr dürft nicht mit dem Zeug lernen, weil das ist Teufelszeug, das Zeug ist so modern, das erzählt euch eine andere Geschichte und damit kann man nicht lernen. Anderes Beispiel, daran wirst du dich erinnern, Taschenrechner. Oh, ich, der Taschenrechner darf nicht komputerisiert sein, oder? Liebe Leute, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mit dem Taschenrechner schneller rechne, bin ich effizienter. Es ist völlig egal, ob ich das im Kopf rechnen kann oder nicht. Wenn ich das nicht im Kopf rechnen kann, werde ich es auch in Zukunft nicht im Kopf rechnen können. Warum muss ich das im Kopf rechnen können? Um Gottes willen, lass es doch einfach, nur weil das vor 2000 Jahren mal wichtig war, dass du die Dinge im Kopf rechnen kannst. Das ist wunderbar die Fische. Wenn der Junge einen Traktor fahren kann und mit Zugmaschine rückwärts reinfährt, wo andere mit ihren kleinen Polos nicht durchkommen, dann sage ich ganz ehrlich, dann ist mir das egal, ob der rückwärts rechnen kann, vorwärts rechnen kann oder nicht, ob er den Taschenrechner benutzt, der kann was anderes. Der ist viel fitter in einer ganz anderen Ebene. Und das meine ich mit stärkenorientiertes Arbeiten. Und da brauchen wir einfach mehr Mut. Mehr Mut, die Dinge so umzusetzen. Yes. Ich möchte, du hast mich auf einen ganz, ganz coolen Punkt gebracht. Ich finde es interessant zu sehen, auch die Leute, die jetzt hier über YouTube gekommen sind und sich das angucken. Ich finde es spannend zu sehen, du kannst ja bei YouTube so ein bisschen die Analytics reingucken und gucken, was wurde gerade am meisten gesehen und so. Und ich finde es spannend, dass das Video mit was du wissen musst am meisten angeklickt wurde und angesehen wurde und auch am längsten angesehen wurde, tatsächlich. Weil, was passiert da drin? Naja, ich erkläre dir halt, wo findest du was? Also, du musst einfach nur wissen, wo es steht. Das ist die Kernaussage von allem. Du musst nur wissen, wo es steht. Du musst nicht komplett den Rechenweg von einem Radiator, äh, Bemessungen, Quadratmeterbemessungen von einem Radiator irgendwie wissen. weil immer alles, was du sagst, das muss ich jetzt aber wissen, damit verbaust du dir Platz, du machst eine Schublade in deinem Kopf, machst du voll mit Radiatorbemessungen, machst sie dann zu und dann ist der Platz weg für was anderes. Wir haben nur eine gewisse Kapazität, Sachen zu speichern, Sachen sich zu merken. Deswegen die Information wissen, wo es steht, ist viel, viel kleiner als die ganze Formel, als das Ganze, was du, was du ja jetzt endlich brauchst, sozusagen. Und das ist die ganze Kernaussage. Und ich glaube, das ist genau das Ding. Du musst einfach nur wissen, wo es steht, dann liest du es raus, fertig, zack, okay, habe ich fertig. So. Du sparsst eine Menge Stress, eine Menge Mühe und eine Menge Gehirnleistung. Du kannst das für kreative andere Prozesse benutzen, weil ich habe auch mal gelernt, das Gehirn ist zum Kreativsein da, nicht um sich Dinge wie ein, weiß ich nicht, ein Pinboard zu merken, zum Beispiel. Dafür hast du ja eins, wo du erfunden, benutzt es und sorge dafür, dass du kreativ bleibst und einfach Dinge für dich cooler umsetzt, anstatt dir irgendwelche Termine zu merken, zum Beispiel. Du hast einen Kalender, fertig. Genau. Genauso wie du einen Taschenrechner hast. Du brauchst, ja, also alles gut. Es ist völlig, völlig ineffizient, ja. Also wirklich völlig ineffizient, dass man Zeit verschwendet mit Dingen, die nichts bringen, ja. Also deswegen bin ich, bin ich auch ein Freund von, die Kapazitäten zu nutzen, so wie sie eigentlich sein sollen. Yes. Yes. Und gerade Kinder, Kinder haben einfach so viel mehr Raum in ihrem Kopf, aber es wird tatsächlich zugeballert und die Jugendlichen werden auch zugeballert mit Informationen, die halt gar nicht wertvoll sind, meiner Meinung nach. Ja. Wo man meint, es ist wertvoll, aber es ist es nicht. Genau. Genau. Ich glaube, das hat viel über das Schulsystem zu tun und ich glaube, wir könnten da Tage drüber reden, über das Schulsystem. aber das ist, glaube ich, bei jedem so und auch bei jedem Podcast, den ich mir bisher angehört habe, war das auch genauso. Du könntest Tage drüber sprechen, du könntest machen, was du möchtest. Vielleicht kriege ich die liebe Christiane mal in meinem Podcast, die ist Schulentwicklerin beziehungsweise hilft es, hilft dabei, wenn du eine Schule gründen möchtest, hilft die dir bei dem kompletten Prozess. Ich glaube, mit der könnte man mal über Schule sprechen. Ja, auf jeden Fall. Halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, weil Schule ist halt, also wie gesagt, Bildung ist halt ein super spannendes Thema und da können wir Stunden drüber sprechen, aber ich finde halt, gerade das Thema Digitalität kommt immer mehr in Schule und ich finde es halt schade, dass es auch nicht als Grundfeste in der Ausbildung ist, also gerade jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Malermeister bist, dich halt damit zu beschäftigen, was halt wirklich dann damit passiert und was du eigentlich für Kernkompetenzen haben müsstest dafür und das finde ich halt deutlich wichtiger und dass das auch wirklich so eingebaut wird in den Bildungsplan, dass die Menschen halt merken, okay, ich muss nicht nur mein Handwerk lernen, sondern ich muss auch gewisse Kernkompetenzen haben in der Digitalität, damit es funktionieren kann, damit mein Business funktionieren kann, damit die Strukturen funktionieren können, damit ich auch weiß, was ich da eigentlich tue und das ist glaube ich eigentlich so das Wichtigste, was wir, was so ein bisschen abhanden kommt in der ganzen Welt, ich meine, du bist jetzt nochmal viel frischer dabei und du kriegst das ja auch mit, oft ist es tatsächlich eher, du kriegst halt beigebracht, wie du super tapezieren kannst, du kriegst Stuck, Dekor und Co beigebracht, das sind ganz wichtige Dinge, ja, weil sonst kannst du dein Handwerk nicht machen, aber genauso wichtig ist, wie führe ich denn einen Mitarbeiter, wie mache ich Marketing, Werbung, all so Sachen, völlig abstrus, es ist überhaupt gar nicht da und das macht es halt echt, ja, das macht mich so ein bisschen traurig, dass ich einfach denke, Leute, denkt doch immer bitte dran an die Jugend, die irgendwann an so einem Punkt steht, dass sie dann halt tatsächlich da auch mehr Erfahrungen sammeln muss mit gewissen Dingen, ja, Social Media kam urplötzlich, gefühlt 20 Jahre her und jetzt heißt es, ja, jetzt muss sich der Handwerker auch mit Social Media beschäftigen, wie soll denn das funktionieren? Lass uns mal einfach nochmal das Thema Handwerk aufgreifen. Was denkst du aktuell allgemein über das Handwerk? Wo stehen wir gerade? Wo siehst du das Potenzial, wohin es sich entwickeln kann? Also ich sehe enorme Potenziale beim Handwerk, gerade weil sich halt so, so viel verändert. Ich habe jetzt gerade mit einem Kunden drüber gesprochen, die haben komplette Automatismen im Hausbau umgesetzt und das finde ich total faszinierend, also das heißt, es kommt jetzt gerade so die schönen, modernen Dinge einher, wo ich jetzt einfach eine Mauer nur noch über so einen Roboter hochziehen kann und da passiert das komplett automatisch, das finde ich toll, ja. Also es geht nicht darum, den Menschen zu ersetzen, sondern es geht wirklich darum, Effektivität ins Hausbau oder in dieses Handwerk reinzubringen oder ein anderes Beispiel, was ich auch sehr toll finde, habe ich jetzt gerade gesehen beim Gartenlandschaftsbauer, die müssen ja oft relativ große Flächen verwalten, mähen und Co und es ist ja eine immense Arbeit, auch dieses Pflastern, ja, was ja wirklich auch körperlich extrem anstrengend ist. Wir haben eine Pflastermaschine, ja, hinten so eine kleine Schnecke, die zieht einfach über Pflastersteine raus und fährt vor sich hin. Genial. Also das sind Dinge einfach, da passiert gerade viel und ich finde, das Handwerk kann von diesen ganzen Innovationen extrem viel lernen und sie natürlich auch weiterentwickeln. Aber ich nehme ein anderes Beispiel, habe ich jetzt gerade gelesen, den kenne ich leider nicht persönlich, ein Heizungsbauer, der eine eigene Heizung entwickelt hat, die mit Wasserstoff gekoppelt, mit Solar und mit, wie heißen die nochmal, diese, Windkraft? Nee, die sie überall hinbauen. Jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein. Diese kleinen Kästen, diese Austauschgeräte, diese, ach, ist egal. Auf jeden Fall hat der halt eine Kombination gebaut, die halt das so energieeffizient aufbaut, dass du quasi eigentlich deine bestehende Heizung nicht austauschen musst, sondern du ergänzt die quasi modular und dann hast du halt einen Riesenvorteil, weil du halt in Spitzen quasi genau das nutzt, was gerade verfügbar ist. Ob es jetzt Wind ist, ob es Solarenergie ist, ob es vielleicht dann doch noch ein bisschen Gas in deinem Gasspeicher ist. Also dass du wirklich sagen kannst, du kannst es halt individuell nutzen und ich finde, wir brauchen mehr Mut, Dinge auszuprobieren im Handwerk, denn, liebe Leute, die Handwerker fallen gerade nicht vom Himmel. Man hat zwar irgendwann mal irgendwas anderes gesagt, aber ich bin halt fest der Überzeugung, viele Mitarbeiter werden wir nicht gewinnen, also müssen wir innovativ werden. Wir müssen andere Dinge erfinden oder Innovationen annehmen, damit das Handwerk florieren kann und ich sehe eine riesengroße Zukunft im Handwerk und ich finde es toll, wenn ich Handwerker sehe, die mit einem Lächeln, mit einer Insbrunst an dieses Handwerk rangehen und tolle Dinge machen und so einen Spaß haben und glaubt mir, ihr werdet viel, viel mehr Spaß haben, wenn es einfach, ja, coole Tools gibt, coole Helferlein, die euch die Arbeit enorm erleichtern. Das ist ein Wort, definitiv. Das sehe ich auch so und vor allen Dingen wirst du Spaß dabei empfinden, dass du auch mit 60 und 70 noch keine Rückenschmerzen haben wirst, wenn du, wenn du mit der heutigen Technik arbeitest, guck dir alleine diese Exoskelette an, die dir wohl irgendwie 30 Prozent abnehmen. Hey, 30 Prozent? Ja. Also, was ich bisher so auf Messen gesehen habe, ich finde es einfach klasse, dass man darüber nachdenkt, ah, okay, viele haben Rückenprobleme oder Nackenschmerzen, weil sie die ganze Zeit nach oben gucken müssen, während sie zum Beispiel Decke streichen oder schwachten oder so weiter und dann finde ich es einfach super, dass jemand, der zum Beispiel die ganze Zeit an der Decke und mit Armen hocharbeiten muss und dann hier überall Verspannungen bekommt, weil er die ganze Zeit immer die gleiche Bewegung macht und verkürzt, weil er sich nicht dehnt und alles Mögliche, finde ich es einfach unheimlich spannend, dass Leute dann hinsetzen und sagen, okay, wie, wie können wir das verhindern oder minimieren zumindest und das mit heutzutage Technik, nicht nur diese Exoskelette und Roboter und, sondern eben auch Digitalisierung im Sinne von diese Prozesse, die wir eh die ganze Zeit haben, diese Prozesse zu automatisieren und zu sagen, ey, in der Zeit, wo ich meine Lohnabrechnung mache, könnte ich ja eigentlich auch, weiß ich nicht, mein Motorrad mal wieder ausfahren oder, oder, ja, irgendwas, was halt Spaß macht im Leben, das einfach mal zu feiern, zu machen, zu wissen, hey, ich habe da was, das nimmt mir die ganze Arbeit ab, nicht die ganze, aber viel. Aber, aber sind wir mal ehrlich, Zeit ist etwas, was wir Menschen am wenigsten haben und, und es ist etwas, was du nie wieder bekommst, wenn ich dir jetzt, die Zeit, die ich dir jetzt schenke mit diesem Podcast, die ich euch allen Zuhörern und Zusehern schenke, die ist danach verloren, die ist weg. Und genau diesen Moment, diesen Moment zu nutzen, Spaß zu haben, Freude zu haben und sich daran zu erinnern, wie toll es war, was ich gerade gemacht habe, das ist viel mehr wert als alles andere. Und deswegen sage ich immer, liebe Handwerker, da draußen, beschäftigt euch nicht mit Zeug, was euch auffällt, sondern beschäftigt euch mit dem, was euch Spaß macht, was euch zufrieden macht und wenn ihr fertig seid mit eurem Tageswerk, dann genießt das Leben. Das ist so viel mehr als nur ständig malo, malo. Das nehme ich gerne als Schlusswort. Das ist super. Du bist ein sehr toller Typ und ich finde, du triffst die richtigen Worte, wenn sie gebraucht werden und das finde ich, das finde ich unheimlich stark und das ist eine super Stärke, eine super Fähigkeit, das muss ich sagen. Und wie kann man jetzt sagen, wenn ich jetzt angehender Malermeister bin und ich sage, ey cool, das hört sich echt gut an, aber ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Wie kann man dich am besten kontaktieren? Es ist mittlerweile fast über alle sozialen Medien, aber du kannst einfach auf digitalli.de gehen und dann gibt es so ein schönes Button oben in der Webseite, kannst du Kontakt mit mir aufnehmen. Du kannst mich auch einfach anrufen, kannst du mir eine E-Mail schreiben, Brieftaube funktioniert nicht, Steinwurf auch nicht. Also hat man mal versucht, aber das hat irgendwie doch wehgetan. Also auf LinkedIn bin ich vertreten, Facebook, Instagram, sogar auf den neuen Medien und in den ganzen Metaverses. Also da einfach, ruf einfach an, hey, das Einfachste ist, nimm den Telefonhörer in die Hand und sag, hey Massimiliano, du bist eine coole Socke, lass uns quatschen. Sehr geil. Okay, dann findet ihr auf jeden Fall den Link zu seiner Webseite, zum Kontaktformular und allem Möglichen findest du hier unten in der Infobox, egal ob auf YouTube oder Spotify, guck einfach mal rein und dann würde ich sagen, ich danke dir Massimiliano. Ich freue mich auf weiteren Kontakt, dass wir uns weiterhin austauschen und lösungsorientiert in die Zukunft gucken und daraufhin möchte ich sagen, wir hören uns und vielleicht sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.